Du ihn ablenken, ich nehme unseres Ding ein. Au! Oh, erfasst er dich hin. Bevor das Video beginnt, ich hab einfach spontan gestartet, damit ihr mal seht, wie wir so privat einfach spielen. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß. Ob das ja nur das störend ist? Nee. Ob das geht? Ja, passt schon so. Auf jeden Fall, die Map kennst du ja noch nicht, ja? Aber in der Mitte ist normalerweise immer einer, rechts und ganz links ist einer. Wir sind Team Blau jetzt. Ja, hab ich auch gerade gemacht. Ja. Hör mal, hör mal. Er ist ja gar nicht so, oh, das sind da die Blauen, what the fuck? Wir sind so, hä, warte mal. Hier sind Blauen. Oh Gott. Ich hab'n Fehler. Ich hab' dieses, oh, meine Special-Attacken sind nicht so geil. Ich hab' so'n, so'n leichten Strahl schieß' ich raus und da, hm, ist nicht so meins. Was hat das Spielsverein gerade? Das mit dieser Eisenhau da. Ach, diesen Short-Range-Typen, was da was dann? Ja. Ist nicht so hoch. Ich hab' grad von irgendeinem Beschoss, ich weiß nicht, wie du. Ist nicht so geil. Wir waren jetzt halt immer rot, und ich schieß' immer auf die Blauen irgendwie. Ich dachte, warum stirbt der nicht? Warum stirbt der nicht? Tss. Ich weiß, der hat auch gerade fällt. Komm' auch mal in die Mitte. Hm? Komm' auch mal in die Mitte. Ich komm' auch mal in die Mitte. So. Sind in der Mitte viele? Au, 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 au. Viele rote, ja? Oh ja, dann geh' ich doch nicht in die Mitte. Kannst du dich rumschlagen mit denen? Oh, da hab' ich doll... Typ hab' ich weggeportet, oder? Ach ja, der hat mich gekillt wahrscheinlich. Wie komm' ich denn da hoch? Hm. Ah, ich kann ja auch'n Doppelsprung machen. Wusste ich gar nicht. Ja. Na, eigentlich nicht. Das war's erstes, was ich ausgespielt hab. Oh je, ich bin... Oh, diese Short Vans ist nicht so geil. Aber irgendwie... Äh, gut zu wissen. Weil, sie hört einfach mitten im Schießen auf. Auf einmal. Aber... Da ist ein Gegner. Aber wenn man auf nahe Distanz ist, find' ich sie dann doch wieder gut. Aber ansonsten... Oh, die haben uns... Die haben die Schar bei uns angenommen. Bei uns? Ja. Auf unserer Seite. Komm, erobern wir sie zurück. Oh, zum Glück krieg' ich einen Fallschaden. Bist du da schon? Ja, oder? Ja. Hast du ihn? Weiß es nicht. Ne, anschein' nicht. Au, nein. Wo ist er denn? Keine Ahnung, der springt die ganze in die Luft rum. Der kann sich irgendwie die ganze in die Luft halten. Du, du ihn ablenken. Ich nehm' unseres Ding ein. Au. Oh, fast hätte ich ihn... Wir haben's gleich, Andi. Oh, er hat mich hier gekillt. Aber... Oh, hab ich auch. Fast hätten wir sie eingenommen. Oh, nur fast. Dieser Rizzer ist schon geil. Irgendwie find' ich ihn geil. Aber jetzt hat... Ähm... Ähm... Das ist aber eh schon unseres, weil es ist ja schon blau. Ja klar, aber trotzdem. Ich hätt's schon gern ganz blau gehabt. Oh, oh. Ja, Kampfblau gegen Rot ist der Standard, aber... Da müssen die Blauen hier komplett alles annehmen, ja? Ja. Egal, gehen wir einfach weiter. Wird schon. Ja, würd ich auch, wenn sich aus dem Wasser richtig rauskommen würde. So, dann. Also, ich kann einen Doppelsprung machen, aber ich komm' nicht richtig aus dem Wasser raus ein. Gestert haben wir... Ich hab' auf einmal 5 Coins gehen, ja, keine Ahnung warum. So, da ist einer. Er hat sich wegteleportiert. Oh, ich wurde gefreezed. Tja, du hast nichts gebracht. Ich dachte wirklich ne Horde von unseren Leuten. Das war ganz günstig. Oh, der eine hat genau das gleiche Kit wie ich. Oh, Whizzer. So. Aber die kommen in die Mitte, da sind welche und ich bin gleich tot. Ich weiß, ich bin in der Mitte, aber halt oben drauf. So. Ich schau' hoch und dann seh' ich nur noch ein größerer Kopf, wie mir entgegenkommt und dann bin ich tot. War ein von diesen Typen auch weggeballert gerade? Er hat sich oben reingekannt einfach nur. Ja. Das ist... Okay. Irgendwie hab' ich grad nen Punkt gekriegt. Vielleicht, ne, getötet haben wir ihn noch nicht. Ich bin hier gefreezed. Ist er oben? Also, ich war ja nach oben. Ich hab' einfach nach oben geschossen mal. Ich auch gerade. Warte, ne. Ja. Da kommt irgendwas mal oben runter. Andi, die... Wir gewinnen grad sowas von... Ja. Stimmt. Ne, die haben's wieder an unserem Punkt hin bei uns eingenommen. Ja, dann Attacke. Ich bin so Lowlife, scheißegal. Oh, oh. Wo schieß denn du hin? Ah, der ist da. Da war keiner. Der war einer. Ich hab' mir so gewundert und stand ja nicht grad noch in der Mitte? Oh, oh. Ne, ich hab' gesehen wie er weggefunden ist. Au, die haben uns beide getroffen. Schieß. Wo ist der Typ hin? Ich seh' nicht. Er springt. Okay, haben wir ihn? Ich weiß es nicht. Irgendwie. Ah, kommt noch einer. Oh. Wenn man nicht... Der Typ. Ich steh' hier drüben drauf. Ich will da hoch springen, ja. Ich komm' nicht hoch. Achso, er hat mich gefreezt wieder. So. Ich weiß nicht, diesen Verteidigungsstab benutze ich ihn gar nicht. Was kann überhaupt meiner, ist die Frage gerade. Die Versteidigungsstabler auch immer was unterschiedliches. Ja, ähm, der eine kann so viele Herzen geben, weil du willst halt bei dir. Klick mal auf deinen drauf, dann hast du ziemlich viele Herzen. Oh ja, stimmt. Nice. Hat mir grad ziemlich das Leben gerettet eigentlich. Bei meinem weiß ich nicht, was er kann. Oh, wir haben gewonnen. GG. Danke fürs Schauen über ein Like, würde ich mich freuen und wir sehen uns das nächste Mal.